Während Regierungen in aller Welt zunehmend einen regelrechten Ablasshandel mit klima- und umweltschützenden Massnahmen betreiben, präsentierte das österreichische Fernsehen LT1 im Februar 2024 wieder einmal eine wirklich extrem bahnbrechende Erfindung aus Oberösterreich. Ingenieur Magister Dr. Ulrich Kubinger, der Gründer des Abwasserreinigungsunternehmens VTA, hat dort eine Weltneuheit präsentiert. Er heisst Hydropower, das ist ein Prototyp und er erzeugt 100% grünen Wasserstoff. Das heisst, dass mit 9 Liter abwassern lässt er ein Auto 200 Kilometer weit fahren, ohne Abgase und noch weit mehr. Wir wissen, dass man mit einer mittleren Kläranlage bereits eine kleine Stadt versorgen kann. Das heisst, dass wir eine Energie in Hülle und Fülle haben. Kubinger hat hierzu eine weltweit einzigartige Nanotechnologie entwickelt, mit der es also möglich ist, das Wasser ohne jeden Energieaufwand in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten. Bisher war es ja nur möglich mit einem sehr stromintensiven Elektrolyseverfahren, anders nicht. Jetzt aber wird bei der 100% schadstofffreien Verbrennung nur noch reinster Sauerstoff in die Atmosphäre abgegeben. Also null CO2-Emissionen heisst das. Kubinger, der mit seiner VTA täglich für 250 Millionen Menschen das Wasser säubert, ruft jetzt die Wasserkläranlagen als grüne Kraftwerke der Zukunft aus. Wenn man jetzt bedenkt, dass allein mit Österreichs Kläranlagen 1900 Städte mit grüner und fast kostenfreier Energie versorgt werden können, ist das schon eine gewaltige Botschaft an die CO2-gebeutelte Menschheit. Es ist aber auch eine gewaltige Ansage an alle Ablasshändler, die mit ihrer Panikpresse laufen, Milliardenprofite aus uns umweltsünden, herauspressen. Aber genau an diesem Punkt wird es wieder einmal brandgefährlich. Wer nämlich denkt, dass diese bahnbrechende Erfindung auch das Licht der Welt erblicken muss, nur weil sie jetzt öffentlich in den Mainstreams publiziert wurde, der hat entweder noch nie gehört oder schon wieder vergessen, wie oft genau diese Erwartung sich in der Vergangenheit eben nicht erfüllt hat, dieser Wunsch, dass es durchbricht. Ich erinnere darum heute an einige einst begeistert publizierte und dann spurlos verschwundene Weltneuheiten. Und das mache ich mit dem Notruf verbunden, dass doch die Weltgemeinschaft diesmal bitte eisern darüber wacht, dass sich all diese Tragödien der Vergangenheit jetzt nicht abermals und Dr. Kubin aus seinem Team und seinen Erfindungen wiederholen können. Versteht ihr? Weil schon seit dem 18. Jahrhundert wiederholt sich leider ein Schreckensszenario bei jeder bahnbrechenden Erfindung solcher Art. Wisst ihr, parallel zu all den in den Medien präsentierten Erfindungen hat sich eben eine Klimamafia in unsere Umweltbehörden eingenistet und sie unterwandert diese und unsere Behörden insgesamt zunehmend. Schon seit dem 18. Jahrhundert präsentierten doch zahllose Erfinder wie Tesla oder John Kensis, Daniel Dingle und so weiter ihre genialen und sogar umweltfördernden Erfindungen in aller Öffentlichkeit. Es hat immer stattgefunden. Und ihre Geräte, ihre Kraftwerke, Motoren und so weiter haben ja Alternativenergien geliefert. Also die Alternativen zu fossilen Brennstoffen. Aber sie alle haben unseren Regierenden nicht ins Konzept gepasst. Sie wurden mit anderen Worten alle von irgendwelchen Schattenmächten, von Geheimdiensten, von der Energiemafia und sogar von Regierungen selber verfolgt. Darüber reden wir heute. Jetzt komme ich zu Beispielen. Stanley Meyer hat zuerst für die NASA an einem Raumfahrtsprogramm, an Gemini, gearbeitet. Er war ein Entwickler. Für sich selber hat er 42 Erfindungen patentieren lassen. 1975, also kurz nach der damals künstlich aufgebauschen Ölkrise, hat er einen Wassermotor entwickelt. Einen wirklich tüchtigen Motor. Er hat diesen in einer US-Dokumentation demonstriert. Das hat Meyer in Ohio gemacht. Da stellte sein Fahrzeug vor, vor laufender Kamera, das sich allein mit Wasser fortbewegt. Und dieses System war so clever konzipiert, dass sogar das aus dem Auspuff austretende Wasser wiederverwendet werden konnte. Also sogar ohne Nachfüllbedarf des Wassers. Meyer hat seine Erfindung vor einer hochgradigen wissenschaftlichen Ingenieurkontrollkommission demonstriert. Und die musste er ihm zuletzt attestieren. Ich zitiere. Das ist eine der wichtigsten Erfindungen des Jahrhunderts. Zitat Ende. Und dann mit seiner wachsenen Popularität hat Meyer natürlich Investoren angezogen. Aber jetzt kommt es. Zugleich eben hat er auch juristische Attacken angezogen. 1998 ist Meyer verstorben, mit nur 57 Jahren. Und zwar unmittelbar nach einem Dinner mit zwei belgischen Investoren. Sein Bruder, Stefan Meyer, bezeugt, sagt aus, ich zitiere ihn, Stanley nahm einen Schluck Cranberry-Saft und legte darauf sofort seine Hand an seinen Hals, rammte zur Tür hinaus, fiel auf die Knie und er brach sich heftig. Ich rammte nach draussen und fragte, was los sei. Stanleys erschütternde Antwort, ich bin vergiftet worden. Zitat Ende. Und dann wisst ihr, kurz darauf, wurde bei Meyer eingebrochen, sein wasserstoffzellenbetriebenes Fahrzeug geklaut. Und die Medien haben einfach verkündigt, Meyer sei an einem Hirnaneurysma gestorben. Und damit war natürlich auch das Projekt der Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen mitgestorben. So geht das, seht ihr es? Der Ogle-Vergaser. Ebenso in den 70er-Jahren, und zwar inmitten der gefakten Ölkrise auch wieder, hat der Automechaniker Tom Ogle aus El Paso, das ist in Texas, den Ogle-Vergaser entwickelt. Und er wollte seine Revolution der Kraftstoffeffizienz dann aber selber breitflächig unters Volk bringen. Und kurz nachdem sich der damals erst 24-jährige Ogle geweigert hatte, sein Patent, hört gut zu, für 25 Millionen US-Dollar zu verkaufen, ist er aber 1981 auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Und obgleich diese Patente noch immer existieren, wird seine Erfindung von der gesamten Autoindustrie von Regierungen einfach ignoriert, verschwunden. Der Magnetmotor, ein weiteres Beispiel. In einer Wochenschau hat das CDF schon 1962 den Magnetmotor und 1989 den Audi 100 präsentiert. Und während diese Filme von damals im Bundesarchiv verstaubt sind, liessen unbekannte Kräfte auch hier wieder diese Patente total in Vergessenheit geraten. Und dies, jetzt hört zu, obgleich dieser Audi 100 unter Aufsicht des TÜV seriös getestet worden ist. Und dann hat er auf einer Teststrecke von 4'600 Kilometern und mehr quer durch Europa nachweislich nur gerade 1,76 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbraucht. 1,76 Liter. Bei voller Leistung. Aber unsere Regierung treiben viel lieber, noch heute im Namen des Umwelt- und Klimaschutzes, bis dato exorbitante Steuern ein. Wisst ihr? Und zwar auf alle Kraftstoffe, auf jede produzierte Wärme und so ziemlich auf alles, was CO2 ausstösst. Wir kommen zum Thorium-Reaktor. Was die heiss umstrittene Atomenergie betrifft, schon in den 1965 bis 1969er Jahren wurde ein Thorium-Reaktor unter der Bezeichnung MS-RE-Reaktor über 15'000 Stunden hinweg erfolgreich getestet. Ein Reaktor dieser Art ist aber nicht grösser als ein Kleinbus, kann aber mit seiner gefahrlosen Energie ein riesiges Atomkraftwerk ersetzen. Doch staunen heute selbst die bestausgebildeten Atomphysiker und Spezialisten, die in Nuklearphysik oder Reaktortechnologie promoviert hatten, die staunen Bauklötze. Die meisten von ihnen haben eben, wie wir alle erst in diesen unseren Tagen erfahren, dass eine solche Technologie überhaupt möglich ist und dazu noch existiert. China hat indes vor kurzem angekündigt, diese vorbenannten, diese Mini-Reaktoren, die eben sauberen CO2-freien Strom liefern, ab 2030 in Serie zu produzieren. Wollen wir mal sehen, ob das eintrifft oder nicht. Wir kommen zur kalten Fusion jetzt. Doch weiss die wissenschaftliche Welt seit mindestens 35 Jahren um die Möglichkeit auch der kalten Fusion. Was ist das? Die Chemiker Martin Fleischmann und Stanley Pons haben nämlich schon 1989 die gesamte Fachwelt erschüttert mit dieser kalten Fusion. Warum? Weil sie bei Raumtemperaturen eine Kernreaktion zustande gebracht haben sollen. Eine Kernfusion konnte man aber sich bis dahin nur unterirdisch völlig unerreichbar hohen Drücken sich vorstellen oder bei Temperaturen von mindestens 150 Millionen Grad. Seht ihr den Unterschied? Und mit ihrem neuartigen Verfahren, das sie eben Kalte Fusion genannt haben, haben diese beiden Chemiker natürlich auf eine Zukunft hingewiesen, in der Energie kostengünstig, sauber und in grossen Mengen problemlos erzeugt werden kann. Nachdem sie dann zu den meistdiskutierten Forschern in der modernen Wissenschaft geworden sind, fing man an, auch diese beiden genialen Erfinder so lange zunehmend zu drangsalieren, bis ihre finanziellen Mittel völlig ausgeschöpft, ihr Ruf ruiniert und alle Kräfte in den Staub gebeugt waren. Interessant, nicht? Nur die Idee der kalten Fusion ist zurückgeblieben. Aber die Erfindung ist heute in falschen Händen. Ich berühre mit dieser heutigen Rede nur gerade eine winzig kleine Anzahl solch verschwundener Erfindungen. Aber ich sage pauschal. Anstatt aber all diese öffentlich dokumentierten Supererfindungen zu finanzieren, plant eine Koalition aus Vorreiterstaaten, der Weltbankkonferenz, gerade jetzt ein neues Projekt. Und das wollen sie uns auflasten. Auf der Klimakonferenz 2025 soll eine globale Klimasteuer beschlossen werden. Und die soll Milliarden für den Klimaschutz einbringen. Allein der globale Süden brauche ab 2025 eine Billion Dollar pro Jahr für CO2-Minderungen und Anpassungen. Und dazu braucht es natürlich immer neue Hitzerekorde. Und um diese aufrechterhalten zu können, verfälschen behördliche Betrüger die Daten non-stop über ihre Messstationen. Diese stehen fast ausschliesslich in Städten, irgendwo zwischen Betonklötzen, wo es zu einer grotesken Verzerrung der wahren Temperaturen kommt. Und das ist ja an sich nichts Neues. Das kennen wir. Die USA betreiben es mittlerweile aber noch dreister. Warum? Sie bezieht sich auf die uralte Wetterbehörde, NOAA. Jetzt ist allerdings ans Licht gekommen, dass 30% dieser Stationen längst nicht mehr existieren. Sie liefern ihre vermeintlichen Daten, aber trotzdem in die Statistiken lassen sie einfach einfließen. Wie geht denn das wieder? Ganz einfach, indem sie geschätzt werden. Ich frage, wie betrügerisch ist das eigentlich? Auch Kanada hat lieber auf den 1. April 2024 die CO2-Steuer um 23% erhöht, anstatt sich an all diesen umweltentlastenden Erfindungen und längst vorhandenen heilsamen Technologien zu orientieren und diese zu fördern. Seht ihr das Problem? Am gleichen Tag erhielten dann Premierminister Trudeau und Parlamentsmitglieder wieder mal eine Gehaltserhöhung von 4,4%. So läuft das. Was Deutschland anbetrifft, Das Magazin Cicero hatte ja interne Dokumente aus dem Habeck-Ministerium vor Gericht freigeklagt. Was ist darin ans Licht gekommen? Gigantische Täuschungen. Und jetzt sehen wir schwarz auf weiss den Beleg, wie in zwei grün geführten Ministerien systematisch getäuscht wurde. Gelogen, sagt man dem. Warum? Um den Weiterbetrieb von Kernkraftwerken zuerst einmal zu verhindern. Mitunter wurde dabei die Einschätzung der eigenen Ministeriumsexperten bewusst ins Gegenteil verkehrt. Warum? Um die Öffentlichkeit gezielt falsch zu informieren. Das nennt man Fake News. Desinformation nennt man das. Und dieses Vorgehen sollte dann eben vertuscht werden. Und trotzdem flutet Habeck ein Jahr nach dem Atom aus noch immer Deutschland und alle Welt mit allerlei Desinformationen, besonders auch über Strompreise und die CO2-Bilanzen. Während Habeck versprach, die Versorgungssicherheit sei immer gewährleistet, hat er nämlich bewusst verschwiegen, dass dies nur in Verbindung mit einem immer grösseren Kostenaufwand überhaupt möglich ist. Und während Habeck vorgetäuscht hat, dass CO2-Emissionen um 20% gesunken seien, hat er dabei bewusst verschwiegen, dass lediglich die Produktion der Industrie eingebrochen ist. Und darum der CO2-Ausstoss gesunken und der Stromverbrauch um knapp 10% gesunken ist. Versteht ihr? Aber auch darum, weil Deutschland eben Kohlestrom aus dem Ausland importiert hat, um den Bedarf kostengünstig zu decken. Und zwar ohne, dass das in der CO2-Bilanz dann aufgetaucht ist. Jetzt kam Prof. Dr. Peter Seppel-Fricke von der Hochschule Osnabrück und hat diese zusätzliche Menge Strom einmal errechnet, die aus Kohle produziert werden musste. Und das entspricht nicht weniger als rund 26 Millionen Tonnen zusätzlichen Emissionen. Das ist die Wahrheit. Und erkennt bitte daraus, wie ehrlich, wie gütig und wohlwollend unsere Spitzenpolitiker mit uns umspringen. Und nebst zahllos ähnlichen Tragödien aus der Energietechnik läuft die Unterdrückung hochwertiger Erfindungen aber auch auf allen anderen Sektoren genauso ab. Verschwiegen werden indes weltweit weitere längst unterdrückte Erfindungen und deren Erfinder werden nicht selten einfach beseitigt. Wir schauen uns einige weitere Tragödien an. Viktor Grevenikow hat gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine flugfähige Antigravitations-Stehplatte erfunden. Nicht grösser als etwa ein Fusschemo. Und mit dem ist er über 300 Meter hoch und in extremen Geschwindigkeiten dahin geflogen. Die Bevölkerung hat ihn zufällig entdeckt. Und da kam er in die Schlagzeilen. Und das war wie in einer Blase drin. Ohne jeden gewohnten physikalischen Effekt. Ja, etwa der Aerodynamik, Gegenwind, die Gravitationseinflüsse und so was. Und das Ganze ohne jeden Motor. Und nachdem er diesen Beweis erbracht hatte, hat ihn aber die wahre Angst gepackt. Warum? Zum einen, weil ihm das Patentamt von der ersten Stunde an übelst zugesetzt hat. Und zum anderen, weil er von allen möglichen Leuten plötzlich angegriffen wurde. Nachdem er seine Antigravitationsflugplatte dann in einem Buch mit hunderten exakten Bildillustrationen und genauesten Beschreibungen dargelegt hatte, kam die Behörde ins Spiel. Passt wieder auf. Die Behörden haben seinen Verleger plötzlich gezwungen, wirklich gravierende Bearbeitungen des Buches vorzunehmen. Und die Medien haben ihn wie eine ausserländische Gefahr behandelt. Grebenikow ist schliesslich als komplett resignierter Mann gestorben. Erkennt bitte das hinterhältige Spiel von Regierungen. Darum reden wir heute darüber. Auch Thomas T. Braun hat schon im frühen 20. Jahrhundert ein Antigravitationsgerät entwickelt. Und nach jahrzehntelangen Debatten und Auslösung von Faszination und Skepsis wurde auch er in die Einsamkeit verbannt. Zeugen haben berichtet, wie die CIA seine Forschungsergebnisse übernommen und alles gelöscht hat, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Ähnlich wie es bei vielen anderen Erfindungen geschehen ist. Und die CIA und andere Geheimdienste es gemacht haben. Die tragische Geschichte von Nikola Tesla brauche ich hier wirklich nicht noch mal wiederholen. Sie ist mittlerweile allzu bekannt. Tesla jedenfalls ist in totaler Armut gestorben, verspottet von seinen etablierten wissenschaftlichen Gemeinschaften. Und zwar ohne, dass er seine Träume verwirklichen konnte. Seine Papiere und alle seine Ideen, was geschah mit ihnen? Sie wurden von der US-Regierung beschlagnahmt. Und nichts von Bedeutung wurde der Öffentlichkeit nachher zugänglich gemacht. Seht ihr, wie das Spiel läuft? Erkennt die verborgenen wahren Absichten von Regierungen. Was wird hier gespielt? Wir kommen zur Reifmaschine. Schon im Beginn des 20. Jahrhunderts hat Royal Raymond Reif seine Reifmaschine entwickelt. Das war eine Erfindung, die allerlei Arten von Viren, von Bakterien sowie Krebszellen wirksam nicht nur diagnostizieren und deren Auswirkungen sehen, sondern auch noch heilen konnte. All seine Laborberichte und darüber Augenzeugen sagen aus, dass er ohne das Gewebe des Menschen zu schädigen, zuerst Tiere, dann Menschen von Krebs heilen konnte. Und Reif hat darauf bestanden, eine hundertprozentige Erfolgsquote bei der Handlung von Krebs zu haben. Und zahllos geheilte Krebspatienten haben dasselbe bezeugt. Trotzdem, er wurde von der medizinischen Fachwelt und von der Pharma dann aufs Übelste angefochten und verfolgt. Und ich sage mal ausgerechnet durch Big Pharma, die ja schon immer mehr Tote als Geheilte hervorgebracht hat. Aber auch die American Medical Association, kurz AMA, hat Reif verklagt. Warum? Weil er ohne Lizenz Heilspraktiken betrieben habe. Und dann nach langwierigen gerichtlichen Auseinandersetzungen wurden Reifs Labore durchsucht, seine Forschungsunterlagen vernichtet. Seine Unterstützer haben ausgesagt, dass es eine orchestrierte Anstrengung des medizinischen Establishments gegeben habe, seine Arbeit zu diskreditieren und zu unterdrücken. Seht ihr angetrieben von finanziellen Interessen und wegen des eigenen Standes, den sie dadurch bedroht sahen, ist das alles passiert. Reifs Leben nach der Klage war nur noch ein tragisches. Er lebte zurückgezogen und sein Gesundheitszustand hat sich zunehmend verschlechtert. 1971 ist er gestorben. Mittellos, weitgehend vergessen und grausam diskreditiert. Erkennt bitte die schwarze und sichtbare Hand, die sich über unsere sogenannten Gesundheitsbehörden nach uns ausstreckt. Wir kommen zum Orgongenerator. Wilhelm Reich hatte den Orgongenerator erfunden. Dieses Gerät war eines der faszinierendsten und umstrittensten Erfindungen auf dem Gebiet der alternativen Medizin. Reich hat viele verschiedenste Heilungen von allen möglichen Krankheiten bis hin zu Krebs bezeugt. Alle Patienten, die diesen Generator benutzt haben, haben bezeugt, dass Reichsgenerator ihnen zur Heilung verholfen habe. Doch die Kontroversen durch die wissenschaftliche Gemeinschaft und natürlich wie der Big Pharma haben nicht lange auf sich warten lassen. Die amerikanische Arzneimittelbehörde, FDA, hat sofort eine Untersuchung. An Reichsarbeit eingeleitet, insbesondere seine Zeugnisse über den medizinischen Nutzen des Orgongenerators. 1954 hat die FDA eine einstweilige Verfügung gegen Reich erwirkt. Mit dieser hat sie ihn aufgefordert, die Verbreitung seiner Schriften und Orgongeneratoren sofort einzustellen. Aber Reich hat sich dieser einstweiligen Verfügung widersetzt und wurde darauf sofort verhaftet und eingesperrt. Die vielfältig darauf folgenden juristischen Angriffe waren besonders darumbedenklich, weil Reich ja unentgeltlich gearbeitet hatte. Er verlangte mit anderen Worten kein Geld für die Heilung seiner Patienten. Dennoch, sein Labor wurde bis auf die Grundmauer niedergebrannt und er ist 1957 als gebrochener Mann im Gefängnis gestorben. Seht ihr all diese bislang genannten Beispiele? Und ich sage es nochmals, es war nur ein Spitzchen des grossen Eisbergs. All diese wurden jeweils von den Zwangsabgabemedien zuerst offen hochgejubelt, wie gerade jetzt Dr. Kubingers Hydropower, der ein Auto mit neun Liter Abwasser umweltfördernd 200 Kilometer weit fahren lässt. Genauso war es immer. Ich gebe noch weitere Beispiele, wo das so geschehen ist. Schon vor 36 Jahren jubelten sowohl das Schweizer als auch das deutsche Fernseher ein Patent von Siba Geigi, heute Novartis, hoch. Durch ein sehr günstiges Elektroverfahren brachte dieser Pharma-Riese gigantische Urformen von Mais und Fischen hervor. Und jeder dieser Maisstängel trug nicht nur etwa sieben grosse Kolben, dieser Mais war dann auch noch komplett resistent gegen Schädlinge. Die Forellen und Lachse waren etwa ein Drittel grösser als die heutigen. Aber diese Pharma-Riese schlägt eben lieber Profit aus seinen hochgiftigen Düngeproduktionen, und die Saatgut-Riesen generieren lieber Supergewinne aus ihren genveränderten Hybrid-Samen. Es sind solche, die nur einmal Frucht tragen. Dann sind sie tot, kann man nicht vermehren. Und so muss jeder Landwirt jährlich neu bei ihnen Saatgut einkaufen. Selbst die 1992 ausgestrahlten Dokumentarfilme, die sowohl Moderatoren als auch den gesamten deutschsprachigen Raum in helle Begeisterung versetzt hatten, verschwanden alle in den SRF und SWR-Archiven und sind heute noch nicht mal auffindbar. Wir besitzen sie allerdings, wir haben sie gesichert. Aber das zeigt alles einmal mehr, wie egoistisch und rücksichtslos Pharma-Riesen mit den ganzen Völkern verfahren, aber eben auch Regierungen. Und seht ihr, so können wir den ganzen Tag noch weitere unglaubliche Erfindungen aufzählen, deren Vorhandensein, aber samt ihren Erfindern kategorisch in den Dreck gezogen werden. Jetzt einfach noch ein paar Beispiele in Kurzform. Längst könnte man zum Beispiel Maisfelder in einer Höhe von über fünf Metern und Tomatenpflanzen mit 500 Fruchtkörpern pro Staude anpflanzen. Das wäre kein Problem. Das Welthungerproblem könnte in einem einzigen Jahr leicht mehrfach bewältigt werden. Und schon längst könnte man Strom über beliebige Entfernungen durch die Luft schicken. Ein Kreislermotor läuft längst über einen geschlossenen Kreislauf mit Kohlendioxid. Es existieren auch längst Motoren, die mit jeder Form von Pflanzen betrieben werden können. Doch seht ihr, das interessiert weder die amerikanische Umweltbehörde EPA noch irgendeine Regierung. Obgleich eigentlich alle darum wissen. Längst seit Jahrzehnten. Sie verwirklichen vorzugweise ihre Saatgut-Novelle. Und was ist das? Diese beinhaltet unter anderem die Liberalisierung der neuen Gentechnik, die Förderung von Saatgut-Patenten, hybrid natürlich, sowie zusätzliche Beschränkungen für die freie Weitergabe und Entwicklung von traditionellem Saatgut. Du kannst nichts mehr verkaufen, was sich dann vermehren lässt. Dadurch werden alle Alternativen zum Industriesaatgut blockiert, sogar verboten. Unsere Regierungen verkrallen sich lieber in ihre neue Klimaschutzrichtlinie und ihre Richtlinien. Denn so schaffen sie ab 2027 z.B. lieber ihren eigenen Kohlenstoffmarkt für alle Brenn- und Treibstoffe in der EU. Bildlich gesprochen heisst das, sie wollen ab 2027 nur mehr ein grosses EU-Fass aufstellen, bildlich gesprochen, in dem sich alle Treib- und Brennstoffe dann befinden. Und wer diese fossilen Energieträger noch verkaufen will, muss dann die Rechte über eine gemeinsame EU-Handelsplattform ersteigern. So ist es zu erwarten, dass auch weitere EU-Aktionen eine Entmachtung der Nationalstaaten vorantreiben. Und darum ist es nötig, dass immer mehr Menschen genau das erkennen und sich vereint gegen diese EU-Diktatur zur Wehr setzen. Und die Verbreitung dieser Sendung ist ein weiterer Schritt in diese Richtung, auf diesem Weg. Bitte lasst die Menschen hören, dass auch eine Spezialkamera existiert, die ohne schädliche Strahlung alle inneren Organe des menschlichen Körpers samt ihren inneren Vorgängen live auf einem Bildschirm klar und deutlich übertragen kann. Es existieren Spezialflüssigkeiten, mit denen kannst du ein Ei, wenn du es damit bestreichst, drei Minuten lang direkt mit einer 2000 Grad heissen Flamme befeuern. Du kannst es nachher von der Flamme wegnehmen, aufschlagen, es kommt immer noch flüssig raus. Wir könnten für 120 Euro damit unser ganzes Haus feuerfest machen, bedeutet das. Aber seht ihr, die Feuerversicherungen lehnen das kategorisch ab. Obgleich 80 Prozent aller Hausbrände ja von einem Herd ausgehen und sie das verhindern könnten. Aber seht ihr, dann würden eben 80 Prozent weniger Menschen eine Feuerversicherung abschliessen. Darum geht es doch. Immer regiert das Geld. Es existieren auch Isolationsanstriche, so dünn, das kann man gar nicht sagen, wie gewöhnliche Farbe. Die macht aber jede sonstige Isolierung von Wänden und Decken überflüssig. Wie das? Weil wir eben viele Naturgesetze der alternativen Isolation schlicht nicht kennen. Wir sind im Unwissen gehalten darüber. Es gibt explosionssichere Netzkonstruktionen, die man auch in jeden Tank von Flugzeugen oder was auch immer einbauen könnte. Selbst bei einem Kugelhagel würde das darin enthaltene Kerosin, das Gas oder was auch immer, nicht explodieren. So etwas gibt es alles. Auch könnte man unverwüstliche Kunststoffhäuser auf einem Anhänger geliefert bekommen, für weniger als 20'000 Euro. Man könnte jede Wüste der Welt nahezu kostenfrei mit frischem Wasser versorgen. All diese Technologien gibt es. Doch seht ihr, unsere Regierung zieht es vor, uns mit verheimlichen Wetterwaffen zu bearbeiten, mit ihnen zu hantieren. Mit Wetterwaffen, die uns zunehmend mit vergifteter Luft, Dauerregen und Kälte überziehen, wie wir das ständig erfahren. Dabei könnten Düsenflugzeuge schon längst mit Wasser betrieben werden. Auch kamen 1996 die Mitglieder des US-Repräsentantenhauses in den Genuss, an der Live-Demonstration eines Permanent-Magnetmotoren teilzunehmen, eines sehr effektiven Motoren. Aber sie haben dieses Vorrecht mit Wut und Verklagung der Erfinder beantwortet. Sie fühlten sich und die Vereinigten Staaten dadurch lediglich bedroht. So geht das ab im Hintergrund. Ihr Lieben, ich sage, die Weltgemeinschaft wird von politischen Hintergrundmächten regiert, die unablässig zwar vorgeben, unser Bestes zu wollen und zu tun, in Wahrheit tun sie aber immer das bare Gegenteil, was auch eben diese Doku wieder belegt. Weil dieses Unmass an Täuschungen von höchsten Verantwortungsträgern ausgeht, will halt jetzt diese Tatsache den meisten Menschen nur sehr schwer eingehen. Das ist unser Problem. Und darum habe ich hier wieder einmal einige aktuelle politische Vorgaben und Forderungen den realen Taten unserer Herrschenden gegenübergestellt. Aber diese Gräueltaten verbergen sie halt mit allen nur denkbaren Mitteln vor uns. Aber sie kommen trotzdem immer unaufhaltsamer ans Licht, das ist das Gute. Bleibt also mit uns dran, dass eure Zweifel sich infolge der aufgeflogenen Widersprüche in Luft auflösen können. Erkennt, dass diejenigen, die uns beherrschen, immer wieder gezielt das genaue Gegenteil von dem tun, was sie uns vortäuschen, vorlügen. Erkennt aus den erwähnten Gegenüberstellungen, was sie uns auf der einen Seite vorhalten und auf der anderen Seite vorenthalten. Und das geht es. Mögen doch aller Augen geöffnet werden. Und ich sage zum Schluss, wir brauchen ganz dringend eine fünfte Gewalt in unseren sogenannten demokratischen Staaten. Die gegenwärtige Gewaltenteilung ist zu einer einzig grossen Täuschung verkommen. Das können wir überall erkennen. Weil die Gesetzgebungen und die Regierung sind nicht mehr voneinander getrennt, in der Realität. Sodass die Macht des Staates einseitig verteilt ist. Ein Staat muss doch kontrollieren, ob die Gesetze, die in der Verfassung niedergeschrieben sind, auch eingehalten werden. Und sonst muss notfalls die Staatsgewalt eingreifen. Wiederum muss in einer Demokratie, aber auch der Staat selbst wieder kontrolliert werden. Denn auch er ist verpflichtet, sich an die Regeln zu halten. Und darum die Gewaltenteilung. Und sie sollte auch dafür sorgen, dass auch der Staat keine uneingeschränkte Macht hat. Und diese dann nicht von den Machtträgern missbraucht werden kann. Doch wie wir gesehen haben, bilden die vier Gewalten, die sich gegenseitig kontrollieren sollten, mittlerweile insgeheim einen einzigen Filz. Und darum, sage ich, kommen wir nicht mehr darum herum, eine weitere fünfte Gewalt ins Leben zu rufen. Eine Gewalt, die autorisiert ist. Sowohl die Legislative, also die Gesetzgebung, als die Exekutive, die Ausführungsorgane, samt der Judikative, als die Justiz, meint das, und den Massenmedien, zu regulieren. Diese fünfte Gewalt muss aus dem völlig unbefangenen Volk heraus erwählt werden. Es müssen weise und treue Menschen sein, die durch keinerlei Interessenskonflikte mehr gebunden oder geblendet sind. Und als vereinigtes Volk können wir sie daher wirklich überwinden und dingfest machen, diese Verbrecher. Wir bitten, sendet weitere sachdienliche Hinweise, auch an Kla.TV. Erstens, wer genau verhindert was? Zweitens, möchten wir wissen, aus welchen scheinbaren Gründen und Scheinmotiven wird das verhindert. Die dritte, was wir wissen möchten, aus welchen wirklichen Gründen und Motiven werden solche Dinge verhindert. Und ich sage, wie Licht die Finsternis vertreibt, so hilft auch eure Verbreitung dieser Sendung, diese angeprangten, die übellistigen Mächte zu überwinden und dingfest zu machen. Bedenkt immer, dass all diese Machtmissbrauer gegenüber der Weltbevölkerung nur eine klitzekleine Minderheit bilden. Ich bin Ivo Sasek, der seit 48 Jahren vor Gott steht. Ich bin Ivo Sasek, der seit 48 Jahren vor Gott steht.